Ach, geht doch. Brrrr. Ich habe mich wieder beruhigt. Mehr oder weniger. Nicht jetzt. Avenger berechnet neuen Kurs. Oh, 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 oh. Hey, geh ab. Strategische Ressource gefunden. Und fliege mal zu. Hier. Kontakte. Commander, wir schöpfen unsere Kommunikationskapazitäten voll aus. Wir können keine neuen Kontakte mehr herstellen, ehe wir unsere Systeme nicht verbessern. Versuche lokalen regionalen Kontakts aufzubauen. Maximaler Energieverbrauch erreicht. Schattenkammer. Wo ist das denn überhaupt? Das ist da unten. Maximaler Energieverbrauch erreicht. Ich will Energie, was brauchen wir mehr Energie? Schattenkammerverbrauch 5. Kommt zur Konsenszentrale 3. Den baue ich doch hier. Maximaler Energieverbrauch erreicht. Die Schattenkammer, oder? Ja komm, brauche ich hier die Schattenkammer. Maximaler Energieverbrauch, Herr Kommander, unsere Energiesysteme arbeiten am Limit und haben keine freien Kapazitäten mehr, sodass wir unsere Einrichtung nicht weiter ausbauen können. Da haben wir noch einen Ingenieur, da haben wir noch einen Ingenieur. Nicht genug Energie, okay, können wir nicht ausbauen. Können wir die Energieleitung verbessern. Jo, können wir. Wir haben jetzt ein bisschen Energie zur Verfügung. Reicht's ja nicht für irgendein Gebäude, aber... Jo, was los? Avatar-Projekt? Commander, die Aliens machen noch immer Fortschritte beim Avatar-Projekt. Wenn wir sie verlangsamen wollen, müssen wir uns beeilen. Wir empfangen eine wichtige Übertragung, Commander, bringe sie auf den Bildschirm. Sie haben im letzten Monat deutliche Fortschritte gegen die Aliens erzielt, Commander. Ich hoffe, dass ihre fortdauernden Bemühungen weiterhin erfolgreich sind. Na, die Aliens haben sich laut und im Gefühlenkundschick. Äh... Jetzt siehst du, oder? Ist mir scheißegal. Komm, mach mal Info. Äh, Panzerung? Ja, das ist scheiße, aber... Einer von den beiden... Entweder Avatar-Kleiner-Durchbruch oder Advent-Legendungsverantwortung muss weg. Wir hören Sie! Neue regionale Kontakte gefunden. Ja, 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 ja. Untersuchen. Avenger berechnet neuen Kurs. Ach, komm! Wir haben hier... Wir haben hier... Commander, wenn wir den Fortschritt der Aliens bei diesem Avatar-Projekt verlangsamen wollen, sollten wir eine ihrer Einrichtungen angreifen. Drei Tage. Einsatz ansehen. Na komm, was habt ihr denn für mich? Okay, Einsatz starten. Setze Kurs auf die westliche USA. Mit der Mitte, da können wir ruhig mal hier ein paar Handlinger mitschicken. Das ist klar. Dann machen wir erst mal einen kleiner hier. Dann machen wir erst mal einen kleiner hier. Was ist los, Säßchen? Du kriegst nichts Leckeres! Äh, kein Leckerli, ich meine nicht. Kann mich meine... Gimps ein bisschen nach... Ich glaube... ... Du kriegst keine Leckerli, ich... Noin, 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 noin... Die Gegenstände ist sehr schlimm Wird man das nur zum Vorsicht? Wird man das nur zum Vorsicht? Ja komm, starten wir mal da Skyranger eingesetzt In Position für den Einsatz Ist der Einsatz normal? Klammer Kopf Ja, ja Wo gilt der Stream eigentlich? Ich hoffe nicht Vorschau Deaktivieren Sieht gut aus Ah, ein Moment Ich mach sofort weiter Wie ist ein Gesicht? Wie ein So So Jetzt gehts weiter Entschuldigung, jetzt ein bisschen der Haufsatz Uh, jetzt ruckelt's grad Wieso ruckelt's denn so? Maness 1 5 Zielort bestätigt Sofort angreifen Eliminieren Sie alle Feinde Befinden uns in verborgener Position Okay, irgendwas stimmt grad nicht Ich mach mal Hintergrund ein bisschen was aus Wollts nicht daran liegen werden eigentlich Naja, was soll's Guck mal hier Jane Kelly Und äh Der Roms-Typ Guck mal hier Jane Kelly Und äh Der Roms-Typ Dann rucke ich dich mit allem an Meine 2 Sniper Ich hab ja ein 2 Keine Gegner Können wir mal In voller Montur vorrücken Ah, Leute, das ist wieder Franzosen Oh, den können wir doch auch Meist gesuchte Arschlöcher Meine Jungs So, wo ist der erste Sniper? Naja, der Sniper Das ist natürlich scheiße, dass du von Taran kommst Aber ich versuch's mal Ah, das sieht ja keinen Oh, 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 oh Ohhhh Mich gut Nicht gar nicht gut Uhhhh Ich will nicht sagen mies, aber Ja, doch Doch schon? Und der mit der dicksten Knarre? Nee, du. Ob sie mich hier sehen? Ich hol jetzt einfach mal aus. Manus-1-5, Zielidentität bestätigt. Manus-1-5, wir sind hier um die VIP zu sichern. Schlagen Sie sie nieder und bringen Sie sie mit. Wie können die mich dahinter sehen? Ich hasse das Game. Ich würde jetzt gerne mal lieber eine Runde Hallen-Halmar im Freien spielen. Hier können Sie mich nicht sehen. Ernsthaft? Laden? Ich hab doch schon draufgeklickt. Manchmal, aber nur manchmal, könnte ich hier ausrasten. Die zweite Runde und ich muss schon 50.000 Mal hier neu laden. Okay, muss nicht. Ich hab's gemacht. Komm, wir gehen mal nach da. Ja, rück du mal aus. Oh, er kann irgendwas hacken. Was kannst du denn hacken? Das ist toll. Ah, komm, dann. Ah, Entschuldigung. Ob ich hier mit... ne? Ich überleg gerade, ob ich mal ein Game Boy irgendwie ein PC anschließen kann, über den zweiten Bildschirm dann hier unten links ein Game Boy anzeige. Und so werden da Bildschirms dann immer wieder mal eine Runde spielen. Wechsle Position. So, Quick Save. Hacken. Umgehe Sicherheitsmaßnahmen. Ach komm, nehmen wir hier mal. 4% müsste uns zu schaffen sein. Ach komm. Kartenanlarm. Ja, 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 ja. Ey. Aber... Ist eh nicht so der... Komm, ich schon anfangen. Machen wir nochmal neu. Ist eh nicht so der... Ist eh nicht so der... Ich werde die 2... Stats doch. Ok. Mehr Kräten mehr Zielziffer... Ja doch. Sind eigentlich gute Sachen, aber... Nein. Ich gehe jetzt komplett anders an diese Sache ran. Jetzt auch so ein Turm. So. Erstmal... Ich gehe bei einem Sniper, ich gehe bei einem Sniper Nach da Wo ist der andere Sniper? Bist du der andere Sniper? Ja Nach da Du gehst nach da Du nach da Ja Er sieht was, er sieht was, er sieht was Und du gehst nach da Bin gleich da Wieso sehe ich die Bewegung von denen jetzt nicht mehr? Ja nicht, die sind jetzt diesmal in die andere Richtung gelaufen, dann kriege ich hier einen Affen Ich rücke aus Ja Die sind jetzt diesmal in die andere Richtung gelaufen Versuche einzudringen Das Spiel, das Das will mich echt Ja 19% Ja komm, ich kriege eh nicht Dann kann ich noch neu laden Aber nur zwei Runden Das heißt, ich muss die Typen jetzt finden Es kann losgehen Okay Siehst du die? Nein, wo sind die denn hin? Ich confirme Wo sind die denn hin? Ja Ich hab zwei Runden lang Na Ich hab zwei Runden lang Ich hab zwei Runden lang Okay Kann er sich nach da bewegen? Nein, er kann sich nicht nach da bewegen Er könnte sich auch nach da bewegen Äh Oder nach hier Sonst würde ich doch lieber nach da bewegen Verstanden, bin unterwegs Okay Und du Nach da Ja Ach Hase Okay, du kriegst noch ein Leckerli Aber dann ist Schluss für heute, okay? Ja Komm her Ja Das war's Nein, 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 nein Guck mich gar nicht weiter so an Wie gesagt du hast heute schon genug Leckerli bekommen Blame to Overwatch Blame to Overwatch Blame to Overwatch Du nicht Du schon Du auch Bin dabei So Und wir machen mal hier ein freies Schuss Welt Zink Och Eine kleine Surprise Ja genau, Surprise Da hat's gebrannt bevor die Granate explodiert ist Und die erste Guck Zu Und der erste Quicksave Ich hoffe mal, der sieht doch... Äh, ich bekomme es um die Wachter an Ich hoffe, der sieht da keinen? Doch, er hat welche gesehen Nein, du hebst nicht die Faust Na, schnell sprich an, ja Gott Ich bin cool, ich bin ruhig